Ich grüße euch, liebe Gemeinde, liebe Freunde. David beginnt einen seiner Psalme, Psalm 103, mit den Worten Lobe den Herrn, meine Seele. Wahrscheinlich hält er inne, überlegt, ein bisschen recherchiert und kommt zu der Erkenntnis, ich muss lernen, Gott zu loben. Und so entsteht dieser Psalm. Amen. Ich lese die ersten vier Verse. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dir, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Ich finde das so faszinierend, wie er sich selber predigt und das Gebet aufschreibt. Also lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Also mein ganzes Wesen, alles, was mich als Person ausmacht, das soll den Namen des Herrn loben. Also loben bedeutet ja auch anerkennen oder würdigen. Und das predigt David sich selber, dass er seine Seele einstimmen möchte. Nicht muren, nicht unzufrieden sein, sondern den Herrn loben. Vers 2, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. David versteht sehr gut sein Herz, dass man gute Dinge sehr schnell vergessen kann. Das, was der Herr einem Menschen getan hat, wie oft er einem geholfen hat. Gute Dinge werden manchmal und schnell von uns vergessen. Und deswegen predigt er sich selber und vergisst nicht, meine Seele, was er dir Gutes getan hat. Ich denke, das kennen wir von den Kindern, wie oft sie vergessen, was die Eltern für die Kinder, wie viel Fürsorge die Eltern erwiesen haben. Und das muss man den Kindern immer wieder beibringen. Wir sind erwachsene Kinder, also deswegen predigt David sich selber, vergisst nicht. Und dann sagt er ganz genau, was sollen wir nicht vergessen? Der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Überlege dir, wenn Gott dich sofort für jede Sünde bestrafen würde. Ich wäre schon längst nicht da. Ich habe den Tod verdient. Wenn Gott für jede Sünde sofort eine Strafe auferlegen würde. Niemand von uns Menschen würde leben. Das heißt, der dir alle deine Sünden vergibt, ständig tut er das. Und dann nicht nur das, sondern und heilet alle deine Gebrechen. Und ich persönlich denke, diese Gebrechen hier können sowohl die seelischen als auch körperlichen Gebrechen gemeint sein. Ich denke auch an die seelischen, wie viel Leid wir Menschen einander antun. Wie viele Lasten man trägt mit sich selbst, Beleidigungen, Schmerzen, innerliche. Manchmal, was in den Ehen geschieht, was in den Familien geschieht. Wie viel Leid Menschen tragen. Das ist unglaublich. Oder jetzt durch den Krieg, dass da Hass entsteht, Leid entsteht. Und hier steht es, uns heilet alle deine Gebrechen. Alles, was in deinem Herzen zerbrochen wurde, kann der Herr heilen. Aber auch körperlich, ganz klar, ganz gewiss, heilet er uns. Allein die Tatsache, dass, wenn du eine Schnittwunde hast, du musst nichts dazu tun. Vielleicht etwas bearbeiten, die Wunde, aber die Wunde heilt von sich selbst. Das heißt, der Herr hat uns so geschaffen. Er ist dabei. Er ist ein Arzt. Das ist genial, das zu verstehen. Und dann, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Also dieses Wort Verderben kann Grube oder Verwesung bedeuten. Also Gott möchte nicht, dass Menschen frühzeitig sterben. In der Jugend, durch eigene Sünden, durch Unfälle und so weiter. Und das ist das, was hier gemeint ist. Er löst von dem Verderben. Und damit war es ganz bewusst, dass Gott ihn mehrere Male erlöst hat. Da, wo es ganz klar war, zum Beispiel, während er gegen Goliath gekämpft hat. Es ist nicht so, dass David so stark war, sondern Gott war mit ihm. Und bei vielen anderen Sachen. Gott hat ihn erlöst von seinen Feinden. Absalom, als er gegen ihn gekämpft hat. Gott hat David erlöst. Und dann, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Gnade oder Barmherzigkeit wendet von uns das Gericht ab. Das ist etwas, was der Herr schenkt. Das ist sein Geschenk. Und ich möchte dich hinweisen, erinnern, dass du deine Seele einstimmst. Gott zu loben, Gott zu danken, dass er dich liebt, dass er dir deine Sünden vergibt. Gott segne dich darin, ein dankbares Herz zu haben.